Drei faschistische Deutsche? Nein, Faschist. Erkläre mir den Unterschied. Ja, okay. Ich seh doch gleich... Ich seh doch gleich, ey. Ich seh das gleiche, ey. Ich seh das fast das gleiche. Du alter Sack, ey. Hallo, ich möchte... So, ich mach jetzt mal die Sinning-Taktik. Ich fahr hinten bei den Spawn-Reihen hinten, bei die Amis. Ich stelle da meinen Kübelwagen ab, als Tarnung. Als Lock. Ah, die haben mich gesehen, als ich sie abgestellt hab. Ah, ah, nein! Nein! I think that was a scheiß... nee. But... But I'm not sure. Mub... Muldebuck? Hab ich auch gerade gelesen, ich hab erst Mubarak gelesen, aber... Ich auch! Ich wollte es gerade sagen. Mubarak ist beigetreten. Ehrlich. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, das hab ich auch neulich bei einem Video gelesen. Äh, erster Organismus auf dem Mars. Und was hab ich gelesen? Erster Orgasmus auf dem Mars. Ich denk mir, hm. Ich hab grad die Carleone bei mir im Auto sitzen. Ob das wohl dann Carleone ist? Ist es nicht irgendwas zu essen? Als ob dann Carleone Walla sprich spielen würde. Weißt ja nicht. Ähm... Schieß doch du! Du! Du? Da ist noch einer, du! Und da ist auch noch einer! Du! Oh, oh! Warte mal. Du hast ihn getötet, ne? Ich hatte ihn an mir getötet, ja. Gut, weil... Dein Name steht links auf der Seite. Das hat mich erst verwirrt. Ihr seid jetzt verwirrt? Ja, eigentlich steht das immer auf der rechten Seite. Und dann mit PPS,iden oder Thomson, oder M1 Strand, oder Stein... Oh, das waren drei Gült saisgarten. жизnehmer echte Gants. Was? Da da da, ich mach gerade diesen Terroranschlag im... Ich weiß noch, in Montreal. Da war ich... Lustigerweise war ich da grade ungefähr. So, im Zeitraum. Da war ja in Montreal, war ja ein Terroranschlag. Da ist noch einer mit dem Auto am Mock durch die Fußgängerzone, glaube ich, gefahren oder ich weiß nicht. Wie dumm ist das denn? Auf jeden Fall dachte ich mir nur so, geil, ich bin in Montreal und in der Zeit, in dem Zeitraum, ist es so ein Anschlag. Läuft. War das auch mein Gedanke, so ähnlich. Mir fehlen nur noch knapp 200 EP, bis ich aber gefreiter 6 plus bin. 6 plus. Pluff, 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 pluff. Mein Spiel hängt schon wieder an der Stelle beim Fenster schließen. Ich bin bereit, aber ich könnte theoretisch nicht auf nicht bereit klicken. Nicht auf nicht, Leute? Nein, weil das kein Feld ist zum nicht bereit klicken. Jetzt geht es schon in ein Spiel. Ja, danke, bitteschön. Ich schätze, da waren es seit 4 Sekunden, 5 Sekunden, jetzt wurden sie überschritten. Wehe, du meckerst. Wehe. Das ist schon doppelt so lange, Alex. Das kann es doch nicht sein. Wo ist eigentlich das denn nicht? Das hängt das denn nicht. Warte mal, ich schreibe ihn mal an. Warte mal, hier. Erstmal entsperren. Oh, ich habe meinen eigenen PIN-Code, also meinen eigenen Strich-Code, auf einmal rausgekriegt. Manchmal bin ich zu doof, meinen eigenen Code eins zu geben. Code. Hier, vor allen Dingen Sinning, schreibt mir via WhatsApp, gestern Abend um 20.22 Uhr, schreibt er mir, Fabian neue Nummer. Aha. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Da steht nur, Fabian neue Nummer. Ich glaube, er hat eine neue Handynummer, will sie dir aber nicht mitteilen. Ja, dann stände das da drunter. Fabian hat eine neue Handynummer, blablabla. Aber warum redet er von sich in der dritten Person? Da steht, Fabian neue Nummer. Das hört sich an, wie so ein Russe, so ein alter Russe, der irgendwie das Handy von Sinning geklaut hat. Und jetzt steht, Sinning neue Nummer. Äh, ich habe Handy geklaut und jetzt neue Nummer. Ja, so mit dem Motto, schickt mir nichts mehr, der Typ hat eine neue Nummer, den du haben möchtest. Klasse, denke ich mir nur, super. Danke. Du hast Klasse. Warte mal, kann ich in irgendeine sinnvolle Einheit? Nein, alle beschissen. Oh, oder ich gehe in deine Einheit. Ich bin doch irgendwie nicht im Spiel. Guck mal, perfekt. Ich komme nicht aus dem Spiel, du kommst nicht ins Spiel. Herrlich. Du möchtest nicht mitfahren anscheinend. Ich bin nicht besorgt. Nee, der möchte wirklich nicht mitfahren. Na gut, guck mal hier, steht er auf dem Sandsack. Obwohl, warte mal, wenn ich ihn anschieße, dann sollte er doch theoretisch reagieren, oder? Hallo. Warte auf mich. Ah, guck, er reagiert. Der ritt sich immer um. Jetzt, los. Ja, lass mich doch mal nachladen. Ungeduldiges Stück Weib... Äh, äh, scheiße. Äh, nein. Wie sage ich das, ohne sexistisch zu überzukommen? Ähm, ungeduldiges Stück Scheiße, doch. Ich habe das perfekte Lied, das in die heutige Zeit passt. Muss ich schon wieder aufpassen? Hä, wat? Wie denn aufpassen? Bei wat denn? Bei dem Spiel. Ja. Irgend gerade im iTunes. Nein! Keine Lieder, keine Lieder, keine Lieder, keine Lieder. Keine Lieder! Keine Lieder! Keine Lieder! Das ist im Gedenken an, 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 an... Charlie, Charlie... Komm rein! Komm rein! Oh, fuck! Alter, waah! Ähm... Wir bräuchten mal so, Dezent, deine Hilfe. Because hier sind... Because hier sind Amis in der Base. In the Base. No trouble. Hier sind Amis in der Base. Und ich habe gerade... Fabian. Ich jetzt. Alter. Kannst du mir mal helfen? Ich bin... Amis voran. Bin tot, oh, Wixer. Passt doch mal auf. Alter, hier liegen fünf Leichen. Davon habe ich drei vor... Veranstaltet. So, jetzt, Moment mal. Wo ist denn hier jetzt das Auto, womit ich fahren will? Hallo! Wer hat mein Auto geklaut? Hey, ihr Wixer. Ähm. Go Charlie. Lalalalala. Angenommen, ich würde, dass es aufnehmen gerade. Man braucht... Angenommen, ich würde das jetzt aufnehmen, was ich natürlich nicht tue. Was gemacht? Ich komme mit dem Fahrrad. Das ist schön. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, bist... Ja, nein, bin mit dem Fahrrad da. Nein! Ficken! Du kleine Hure! Bleib doch zu Hause! Ähm. Das hätte ich auch im Angebot. Weißt du, was lustig ist? Was denn? Wenn du W drückst und dann... Lass es heute. Ja, Chat ist, dann fährt er automatisch weiter. Ich weiß. Genau, ich wurde erschossen. Das Problem hatte ich neulich beim Schwimmen... Ah, was heißt Problem? Voll praktisch. Fand ich auch. Wenn du schwimmst... Ich bin erschossen worden. Also wenn du... Nein, wenn du längere Distanzen schwimmen musst, dann kannst du dann einfach hier W drücken, Chat eingeben und dann schwimmt er von automatisch. Musst du dann halt einfach mal kurz über das Schiff drücken, damit er mal schneller schwimmt und dann klappt das schon. Kleine kriegst ja Kampf, Krampfen, Kampf. Und Krampf im Finger. So. Das Bäche mache ich jetzt wieder und mache dann... Ey, Moment. Na, komm her. Ah, gut. Warum hat er angehalten? Ach, wir haben die gleiche Pistole, mein Freund. Sehr schön. Na, wo ist denn der Sinn hängen? Komm mit, er mal. Wo habe ich jetzt eigentlich mein Handy hingelegt? Auch da hinten. Er kommt. Halleluja. Der tut so, als würde er arbeiten. Hm. Ich weiß auch. Ach, guck mal, die Brücke, wo die Mine war. Und die andere Mine, über die du drüber gefahren bist, obwohl du gesagt hast, du hättest du gesehen. Er hat ohne Gas zu mir. Ey. Ach, war ja so ein Hübschel. Nein, wir haben von genau der einen Mine gesprochen. Nee, ich habe auch von der anderen gesprochen. Ja, aber wir haben genau von der einen gesprochen. Na, ihr vielleicht. Ich nicht. Doch, hatten wir auch. Also, ich... Ich kann gerne nochmal nachgucken. Sendinger hat auch nochmal Mine gesagt. Und das war wirklich die eine Mine. Ja, ich habe auch gedacht die andere. Na. Dann haben wir schon vorbei. Ja, denken. Da liegt das Problem, mein Freund. Da liegt das Problem. Im Ansatz. Wir müssen da dran mal arbeiten. Du denkst nach und daraufhin geschieht die Apokalypse. Das Undenkbare. Du gehst auf Fukushima. Wow. Was? Was war das denn? Wie konnte ich mich an der Stelle überschlagen? Was? Da haben wir uns irgendwie auch gefragt. Was? Was? Schlagen. Hier sind doch so ein paar kleine Babyhürpeln. Wie konnte ich mich da überschlagen? Ich bräuchte mal ein Taxi. Komm her. Du hattest ja eben auch was gesungen, was? Ich war das denn für dich. Das konnte ich auch machen. Geh doch nach Hause, du alt... Genau. Mach ich gleich. Achtung. F1... Oh oh. Oh oh. Ich konnte da überhaupt nichts tun. Richtig? Ach stund. Panzerung zu stark. Stand da. Fahren. 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 Warum geht das nicht mehr mit dem Shift? Sehr schön. Weil du einfach hier anhalten musst. Punktende aus. Was machst du denn? Wo fährst du ihn? Wir nehmen den offiziellen Eingang. Ja, wir nehmen den offiziellen Eingang. Wir werden gleich offiziell erschossen. Du. Du zuerst. Ja, der Schütze stimmt immer als es. Ich weiß, danke. Warte mal, Moment mal. Fick dich. Guten Abend. Ah, hier kann man kaputt schießen. Prächtig. Gut. Oh, ich esse gerade. Hier kann man kaputt schießen. Oh, ich esse gerade. Ach, könntet ihr mal aufhören zu fahren? Ich möchte euch abschießen. Armee in der Haus. Nicht nur ein Armee. Zwei, ja. In der Tat. Äußerst ärgerlich. Oh, ich esse gerade Nein, wick dich. Du bist gestorben. Oh, ein Dreckskind. Und wer hat den jetzt umgebracht? Irgendwer anders. Ähm... Oh, guck mal hier, es gibt einen, der heißt... Warte, warte. Mein Fühlherr. Fühlherr. Guten Morgen, mein Fühlherr. Was ist das denn für ein Name? Fühlherr. Ja, der frühe Herr, der... Keine Ahnung. Mein Fühlherr, meine Füße. Weiß ich doch nicht. Mann, Fühlherr, meine... Egal, ich frag einfach nicht nach. Du bist besser so. Wo bist du eigentlich? Ach, da hinten. Guck mal hier, der sieht, dass ich ein Fahrrad brauche. Juhu, Alter. Soll ich dich abholen? Ne, ich fahre gerade mit dem Fahrrad. Ich strampel mir einen ab. Oh, so töte ich dich besser. Ich erlose dich von deinem Leiden. Pass auf, da vorne sind irgendwie Hüppel und da habe ich mich gerade leicht überschlagen. Das sind überhaupt keine Hüppel. Wer macht denn da... Wieso sollte denn da Hüppel sein? Huch. Das war so inkompetent von uns beiden gerade. Ja, ich wollte dich doch nicht umbringen. Ja, du bringst mich doch nicht um, indem du... Warum hat dein Auto schon Schaden? Du bist dagegen gefahren. Ja, natürlich. Da war ein Hüppel. Guck mal, warte mal. Hier vorne direkt. Da, diese Hüppel da. Da bin ich drüber gefahren. Hab mich einmal schön in der Luft einmal überschlagen. Warte, warte, stand da gerade drei Amis in der Anzeige? Nein. Nur einer, immer noch. Okay, gut. Ich gucke hier unten. Hier unten ist keiner. Ich komme dir oben entgegen. Ja, wo ist der denn? Sie sind wahrscheinlich da oben. Hast du eine Granate? Nee. Na toll. Ich werde ihn wiederlegen. Na, das ist ein Deutscher. Da kommt ein deutscher Aufklärer gerade treibend hoch. Sehr toll. Wo ist denn der Wichs... Der Wichs-Armee? Ja, anscheinend oben, nee. Das kann doch nicht sein. Ja doch, der ist oben, der wartet. Es ist ein Warter. Ach du, nein! Der wird dich abschießen! Oder du ihn. Warte mal, du hast ihn getötet? Ja. Ein Paradoxon. Ach du scheiße. Das Universum tut sich auf. Halt deinen Maul. Du, der hat auf dich gewartet. Tu lieber was. Mach ich doch gerade. Er war scheinbar zu Ihnen gekommen. Dann haben wir ja irgendwo ein Medipack. Äh, an deinem Auto dachte ich. Nein, das sind, äh... Dingens. Du weißt schon jetzt. Panzerfäuste. Fick dich, du Mariksa. Das kostet mich Geld, wenn du dir eine Panzerfäuste rausholst. Wo ist der? Möchtest du ein Scharfschützengewehr? Komm einfach her. Ja, ich bleib hier. Hier ist ein Scharfschützengewehr und da kann ich schon rumballern. Wenn du noch eins haben möchtest, hier oben liegt noch eins. Ich hab zwei. Wang, wang, kaka. Da war ne Wand, kaka. Möchtest du noch ein Scharfschützengewehr? Nein, das ist ja mit dem Scheiß. Ja, schießen. Nee. Macht Spaß. Ja, nee. Deswegen krieg ich auch die Punkte und du nicht. Na, Glück. Oh. Ich nehme ein. Aha, Glück. Ja, und ich, äh, schieße drauf. Nach, 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 nach. Ach. Ähm, hat da jetzt gerade ein Feind, unser Aufklärer-Fahrzeug? Och, nö. Ach, nö. Da hat ein Feind, unser Aufklärer-Fahrzeug. Ach, warum Maul? Wie denn, halt deinen Maul. Da hinten. Fährt rum. Da war einfach, okay. Nein, echt. Ich wollte ihm Platten schießen. Klingel. Ich muss jetzt mit zum Fuß fahren. Hm. Na, wo sind's denn, die Amis? Komm mit doch mal her. Er leckt mich da an die Füße. Alter, warum geht denn nicht Worldshot weg? 2 und 5 EP, wenn er gut geht. Ja, das ist nicht unbedingt weit, dass die Distanz aber geht. Ich meine, man kann sich nicht beschweren. Wie gesagt, 35 EP war, glaube ich, oder mehr noch. Also, man kriegt auf Distanz richtig schön viel Schotter. Ja, leck mich da an die Füße. Wieso muss ich mit der scheiß Fahrrad fahren? Guck mal, der Führer, äh, Führer hat schon wieder, hat wen getötet. Ist ja toll. Ich find's ja gut, dass der Führherr auch mal an der Front ist. Da läuft grad ein Armee. Das ist schön, dass sie noch laufen. Hab ihn getötet. Bam. Und zack. Nein. Ah, scheiße. Komm, 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 beweg dich, beweg dich. Bleib. Nein. Wieso hat das Fahrrad eigentlich kein MG? Mann, ey, warum bin ich nur so schlecht? Das kann ich doch nicht. Aber warum hat das Fahrrad kein MG? Ich frage jetzt viel wichtiger zu beantworten. Der ist immer noch nicht tot hier. Wie gehen den denn nicht tot? Er hat denn das Fahrrad so scheiße da getargt. Bist du hier oben? Ja. Mein Schuh, Herr. Da ist auch irgendwas, was auf mich schießt. Der da hinten. Ja, warum schießt der auf mich und ich auf dich? Weil ich auf dem Boden liege und du stehst wahrscheinlich hinter mir, ne? Ach, da liegst du ja, mein Freund. Die lag eben ja auf dem scheiß Boden. Kacke. Natürliche Schutzschild. Dein Maul. Alter, warum geht die nicht tot? Super, der versägt erst mal sein Backe schön im See. Oh, Gott, ey. T-Y. Was? Sag mal, entweder ist er zu blöd, was zu schreiben, oder er wollte keinen Führer schreiben. Aber ich glaube, er ist zu blöd. Wie nen T-Y? Da weiß ich nicht, was er damit sagen wollte. Vielleicht mag er einfach nur die beiden Buchstaben. Hallo, er schreibt ZZ. Ziemlich zügig, oder was? Vermutlich. Wie war das GVP? Grosser Führerbunker. Vermutlich falsch geschrieben. ZZ heißt? Zum Zuppi. Zum Zurückzug. Zum Zurückzug. Ne, das wäre ZZZ. Das wäre aber wieder schlafen. Das könnte man falsch verstehen. Befehl ZZZ. Ihr solltet schlafen. Rückzug. Zum Zurückzug. Zum Zacking zurückziehen. Zum Zacking zurückziehen. Egal. ZZZD. Zum Zacking zurückziehen. ZZZ drücken. Grenade. Entschuldigung für die Lautstärke. Wie viele Leute sind bei dir da? Zwei Stück und zwei gegen Amis. Ich fragte nach Amis. Zwei Stück und zwei gegen Amis. Grenade. Grenade. Ich schieße Panzerfaust, okay? Ups. Willst du mich fahren? Zum Zaging zurückzug. Jawoll. Warum hat er mich nicht... Warte mal, war das gerade dein Kübelwagen, der da irgendwie gerade leichte Lautstärke von sich gegeben hat? Ja, mit mir zusammen. Das gleiche Gewicht ist doch noch nicht. Das Universum ist doch nicht mehr aus dem Gleichgewicht. Lass mich in Ru, du Arsch. Oh, er wurde getötet. Ja, auch rumzuspannen. Sag mal, gibt's eigentlich irgendwann mal ein neues Update für H&G? Was willst du denn neulich? War doch schon eins. Ja, es kommen noch welche. Ich hätte gerne einen Autos und Sportwagen. Wer ist mit dem Sportwagen zu vergehen? Das stelle ich mir echt geil vor. Was war denn da? Hm, anscheinend jemand gestorben. Wer hat das gewonnen? Oh, ich muss noch jemanden töten. Ich muss noch jemanden töten. Jetzt! Nein, jetzt! Genau, jetzt. Recht gerne. Okay. War doch eine schöne Runde. War doch eine schöne Runde. War doch eine schöne Runde. Untertitelung des ZDF, 2020